Musik Es ist nicht einfach nur dieses Gefühl. Wenn du es siehst, wenn du es riechst und wenn du es schmeckst, das ist Erleben mit allen Sinnen. Es ist ein kulinarisches Feuerwerk. Das ist Franken, Heimat der Biere. Und ich bin Carmen Fiedler, Ihre Biersommelier. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020